Oft gewonnen habt in der AFC-Serie, hier den Pokal von dem Bürgermeister überreicht bekommt. Gerald Saldrechter, erster, zweiter, Horst Schleicht, dritten der Serien. Ja, die sieben Infos jetzt, Fahrerbesprechung für Lauf Nummer 3 und dann in kürzendem Lauf der Wahlschreie. Ganz kurze Fahrerbesprechung bitte. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen in Hamburg und HSV Richtgelinde begrüßen. Fahrer ab zu Furt und jetzt was nicht steht, Tankverboten. Es gibt eine Firma in der Nacht starten, mit der Tankzone zu tanken. Das ist ganz schön. Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.